Nein, aber seht ihr, wie es geht. Jetzt muss ich das auch mal ausprobieren, das ist ja so geil. Jetzt hat er wieder alle. Man muss halt ganz klar das schreiben. Das habe ich mir noch nicht von mir getraut. Das ist nicht gesagt, also der Winkel ist egal, ich kann es auch... Merkt ihr, wenn ich so schreiben will, muss ich die Feder aber natürlich dann so halten, verstehst du? Merkt ihr? Ich kann sie auch, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne will, dass die Schrift schräg gestellt ist. Dann muss ich natürlich, wenn ich die Schrift kippen will, hier nach rechts, dann muss ich noch weiter. Genau, denn sonst, wenn ich jetzt so versuche, merkt ihr, dann drücke ich die... Genau, deswegen habe ich gesagt, mit dem Schulfüller ist es völlig egal.